Was ist los, wenn es sein muss? Hä? Okay, Mumie, greift an. Wie kann ich helfen? Ist etwas nicht in Ordnung? Wie kann ich am besten zu Diensten sein? Indem du die Mumie tötest. Dein Befehl. Ja? Gut. Sag, was du in Ordnung. Ich höre. Mit Vergnügen. Und wir müssen uns wieder im Schatten verstecken. Okay, jetzt weiß ich wenigstens bis wohin gehen kann. Ja, wo ist das alles? Was? So soll es geschehen. Ist das dein Ernst? Immer bereit. Kann ich helfen? Ja, gern geschehen. So, du stellst dich in den Weg. Ja? Nein. Vielleicht sollte ich die Soundeffekte auch etwas unterstellen. So. Was ist los? Ich tue es. Gut, jetzt sollte ich in Ruhe die Fallen entschärfen können. Oder auch nicht. Ich bin hier. Das ist doch, Goblin, leicht. Bereit zu neuen Taten. Bereit zu neuen Taten. Oh. Woran soll es geschehen? Darf ich noch die, die jetzt in Ruhe entschärfen? Gut. Gut, dann gucken wir mal. Ist hier noch einer? Nur noch ein Zombie. Wie kann ich helfen? Dieses Mal müssen Taten deutlicher sprechen als Wort. Ja, Zombie-Tot durch Spitze. Warte mal. Spitze? Das heißt, du machst... Warum macht eine Helebarde Stich für Schaden, frage ich mich gerade? Weil ein Schwert macht Klinge. Aha. Hä? Die macht auch Stich. Okay. Ah ja, stimmt. Das ist die Riesenhelebarde. Ich höre. In Ordnung. So, dann können wir jetzt gucken... ...ob wir fallend sind. Dein Befehl? In Ordnung. Was? Wenn es dein Wunsch ist. Wir können ein bisschen... Und dann? Woran hast du mit Vergnügen? Stein vorm Trank, oder? Auch nicht schlecht. Was? Mit Vergnügen. Dieser Akkophage ist nach unbekannter Manier versiegelt worden. Ja. Kompositlangenbogen, die müssen wir jetzt nicht unbedingt mitnehmen. Die sind auch alle versiegelt. Oh. Sehr viele schöne Sachen. Hm. Machen wir es mal so rum. Oh. Woran ich höre? Ist das alles? Ja, wer braucht noch Tränke? So. Wobei das leichte... Ne, das leichte Wund... Nein, hast du gar nicht. Müssen wir auch mal gucken, dass wir bei Gelegenheit Tränke... Was mit Vergnügen? ... aufteilen. Ja, sofort. Was ist mit Vergnügen? Werfen wir mal kurz einen Blick hier rein. Sag, was du von... Nehm keine Gefangenen an! Nehm keine Gefangenen an! Einverstanden! Woran hast du gedacht? In Ordnung. Okay, da ist auf jeden Fall noch sehr viel die Treppe hoch. Oh, hi! Wie kann ich helfen? Ich wasch mir meinen Bart in deinem Blut! Ich... So soll es geschehen. Dein Befehl... Es soll geschehen! Ich mach's so schmerzlos wie möglich. Ja? Einverstanden! Helm, Bastard, Schwert und Tatsche. Sag, was du von einverstanden! Sag, was du von einverstanden! Also eigentlich sind das Helmschränken, wenn ich mir sie so ansehe. Was? Brauchst du mich? Vita! Mond! Was ist los? Wenn es sein muss. Gut, ist die Frage. Weg weiter! Worum handelt es? Wird erledigt! Erstmal die blöde Mumie. Wenn es sein muss. Ich werde tun, was ich kann. Dein Befehl... Auf in den Weg! So... Du kannst ja angreifen... Wie lautet deine Aufgabe? Du kannst ja angreifen... Ja, gewiss. Warum ich übrigens ihn hier gegen die Mumien schicke Die Mumien können vergiften Und er ist Vergiftungsimmun Also es ist jetzt gerade am Anfang Wo wir noch nicht viele Möglichkeiten gegen Gifte haben Die beste Taktik Ich weiß nämlich als ich das erste Mal hier war Also als ich das erste Mal mit Dengest mit Tabot hier war Hat mir das Gift so sehr zugesetzt Dass ich irgendwann angefangen habe Lame Taktiken zu benutzen Wie die einzelnen Mumien zu verstricken Und sie dann mit Feuerbällen Ja ok Feuerball hatte ich da noch nicht Aber mit Dornenranken Ich hatte ja eine Druidin Zu bekämpfen Mal sehen wie weit kann ich gehen So einen Schatten Wir können auch nur die beiden verletzen Mittlerweile aber ziemlich gut Dann können wir noch den zweiten Schatten Und dann können wir mal gucken Also wenn wir hier hingehen Ist nur noch der Schatten da Wie kann ich helfen Wie kann ich am besten zu Diensten sein Zum Glück halten die echt nicht aus Was ist los Ich tue es So das heißt wir können jetzt mal hier Hinten uns hin stehen und nach Fallen gucken Was zu erwarten Und nur niedere Schatten Ok Diese Flagge ist verblasst und abgenutzt Ich glaube die Umrisse Eine Pfote zu Hier unten war sowas nicht Ne wenn dann können wir es nicht anklicken Ich tue es Du hast noch ein bisschen Platz Ein paar Sachen können wir auch zu ihr rüberschieben Dann hat sie mehr Platz Zum Plündern So Was Was ist los In Ordnung Erstlassiges Kurt schwört Warum nicht Oh Werde Zeugen wahrer Mann Sag was du von mir Wir mögen die Götter mich schützen Wenn es sein muss So dann gucken wir mal das Als ihr diesen Sack bewagt Berührt verschwimmt alles Und euch wird schwindelig entfröstet Läuft langsam den Arm hoch Und die Finger werden taub Rasch zieht ihr die Hand zurück Nochmal mal was Tee Die Rüstung können wir ihm noch geben Vielleicht können wir sie gut verkaufen Und ja die Behälter sind nicht unendlich groß Das ist mir auch bewusst Ich hörte das alles geschehen So gucken wir mal Ob an dem Der Falle ist Okay Auch eine schöne Ausbeute Trag der Stärke mal wieder Einer So Weg kann gewiss Das heißt eigentlich nur noch der Weg nach Hier Oben Was Wenn es dein Wunsch ist So im Schattenverstecken ist gelungen Gespenstische Ritter Und natürlich Ein Magierskelett Dein Befehl Dieses Mal müssen Taten deutlicher sprechen als Wort Ja Sehr gerne Ich fürchte mich Ja Weiter Okay Das ist furchtbannen Das bringt uns jetzt gerade nicht viel Ich fürchte Ich hatte es Au Okay Wie kann ich helfen Ist etwas nicht in Ordnung? Hast du noch einen Heizauber? Nein, was ist kein Heizauber mehr? Jawohl Kein Problem Was? Ist das alles? Das heißt ich lasse ihn mal auf den Zwerg einhauen Boah ausgesetzt Ich kann mich irgendwann mal wieder den Schatten verstecken Immer Also In Ordnung Was ist los? In Ordnung Ich bin hier Ich bin hier